Mein liebes Publikum, freue mich jetzt, dass ich jetzt gleich für unsere Ariadne der Vorhang geben wird. Und ich wünsche Ihnen eine erhabene Zeit. Noch kein Farmer, ich bin ein Edelman. What the fuck is this? Nur Sprache rette ich die Welt. Das ist doch hier kein Tollierhoff, Mensch! Ach, Lucille, ich bekenne mich schuldig. Und wie Sie wissen, finden alle Gefächte unter Liebhabern auf Treppen statt. Wenn das mal kein Lob ist. Sie sehen großartig aus, jeder Herr Schotter. Ihr, weil ihr euch zugeleben müsst. Wir sind Ihnen sehr verpflichtet. Euer Gnaden! Euer Gnaden! Kein schlechter Einfall!